Das sieht schön aus. Das muss ich wirklich direkt, instant. Also, Hidden Power, mach deine Schniedel Power. Und mit Level 6 sollte ich doch eigentlich stark genug sein, um diesem Pokémon in den Arsch zu treten, sodass es nicht direkt stirbt. Aber auch gut da uns jetzt nach dem Angriff fange ich es einfach. Ich fange es einfach. Ich habe es drauf. Oh, ich will es fangen. Oh, fangen. Yeah. Ich will was fangen. Wey. Also. So. Pokéball. Flieg. Los. Kebäm. Achtung. Viermal. Komm schon. Drück mir die Daumen. Ja. 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 Okay. Da es aber nicht weiblich aussieht, werde ich es auf jeden Fall männlich benennen. So. Das ist jetzt aber der Sachse? Oder war jetzt Flo Sir Martin vorher? Ja. Ja. Nee, ich glaube, Sachse, du hast auf Sir Martin geantwortet, ne? Sorry. Da muss ich nochmal Sir Martin auf jeden Fall zuerst. Sir Martin. This is so good. So. Denkt dran, Leute. Martin und so. Immer schön da ich schaue. Dann nutze ich diese Pokémon auch öfter. Okay. Also. Ähm. Da hinter der Stato war nichts. Deswegen verpisse ich mich hier wieder aus der Höhle. Oh. Ist das schön. Wey. Okay. Ich bin Handtruck in die Luft. Pokégear. Bucket your weight receiving call. Hallo, Pepe. This is Wade. Do you want to battle again? I'll be way on rave. Ja, da muss ich bis zu ihm laufen. Ist das behindert oder was? Als wenn man sowas machen würde. Also sowas. Also ich mein, hinbeam. Okay. Okay. Wenn es implementiert wäre, würde ich es direkt machen. Aber es ist nicht im Spiel implementiert, integriert und analysiert. Okay. Tausendet Jahre alt. Was ist denn jetzt? Woher? 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 Patterns down on the wall of the range. They must be the keys for unruhlinging the mystery of the range. Ich hab aber keine Keys gesehen und gar keine Zeichen und und Schniedeldinger. Ich glaube, ich weiß, was dieses Ding heißt. Das fällt mir gerade ein. Oh. My. Girl. Pass mal auf. Ja. Klar. Das hält sie von mir ab. 100 Schritte. Schwache Pokémon. Äh. Gefistet. So. The strange Pokémon you saw in the range. They appear to be very much like the drawings of the poor and the baby. That must mean there are many kinds of them. Gut. Ich möchte viele von ihnen besitzen. So. 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 Ich bin wieder hier. In meinem Tier. Hoden gequetscht. Okay, ich bin wieder hier. Ach so. Gut. Noch mal ganz kurz checken, okay? Weil das interessiert mich. Also das, um mich mal genauer betrachten. Also hier durch. Und wenn ich jetzt hier stehe. Klicke ich hier hin. Zack. Oh my god. Irgendeine Schrift. Und dann. Ach so. Also die. Gut. Gut. Ähm. Was ist mit dem Äußersten hier? Das bringt mich wohl. Also, ne? Das eine hat mich ja gar nicht komplett weggebracht. Okay. Und das hier? Okay. Bringt wohl gar nichts. Ähm. Ich war mittig gestanden. Also ungefähr hier war ich gestanden. Hab hier hingeguckt. Das hat mich dann zurückgepusht. Schau doch mal. Hä? Dann bin ich in die andere Höhle gekommen. Hab ich gezaubert. Ach. Hab ich das gemacht? Egal. Ich bin Zauberer. Lass mich in Ruhe. Äh. 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 Kurz aber jetzt nochmal da unten reinschauen. Ob ich da nicht auch irgendwo durch die Wand gehen kann. Und diese Fantastischkeit ließ es sich kaum in Worte beschreiben, fassen. Ähm. Boo. Oh. I'm so amazing. Like. A dildo. Okay. Okay. Öhmchen. Wie manchen nur dazu jetzt. Warum drehe ich mich denn hier rum? Es fühlt sich ätheral an. Es fühlt sich gut ätheral an. Äh. 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 Das muss ich auch fangen. Das sieht aus wie der Sachse. Nimm das nicht ernst. Lala. Böse auf. Oder so. Okay. Sachse. Das bist du auf jeden Fall. Das kann ich im Auge drin sehen. Komm schon. Komm schon. Ah. Du hast Scratch. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hab ich nochmal Scratch gemacht? Ich Idiot. Ich wollte es noch fangen. Nein. Sachse. Stirb nicht. Fuck. Ach. Mensch. Mensch. Sachse. Was machst du denn? Du schon will. Egal. Ähm. Da geht es bestimmt durch. Komm. Ähm. Ähm. Äh. Ach so. Das quarkt mich schon an, wenn ich drauf zugehe. Ich muss gar nichts rumdrücken. Ja. Gut. Okay. Das heißt. Ähm. Gar nichts. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das heißt. Also. Ähm. Ja. Gehen wir mal wieder zurück. Es gibt noch einen zweiten Weg, den ich noch nicht versucht habe zu gehen. Das hier. Das ist. Das ist der Sachse. Das ist der Sachse. Das ist der Sachse. Das ist der Sachse, wo ich sehe es. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Kerch sterân. Ach. ah shit. äh 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 ein Pokéball Flieg Pokéball Bring mir den Sieg Also Komm schon Sachse Sachse Drück die Daumen Das bist jetzt du Komm schon Na na du wirst doch wohl nicht fliehen wollen Sachse Tja Okay Es wurde transferiert in die Box 1 Und du hängst Hay Da fängt schon an Leute Da fängt schon an So wirst du geschrieben gell Oha bitte schlag mich nicht Du wirst nicht so wie das übliche Sachsen geschrieben Ähm Da die Sachsen da ja drauf Gut also Ähm Also da hinten Was Achso Leute Das Geräusch kommt wenn ich durch diese Wände lauf Ich denke das hier wird noch was Äh Habe ich Habe ich schon Da ist ja ein Pokéball dabei Achso aber das heißen die alle Unknown hier Die Dinger Oh no Critical Komm nehmen wir einfach mal Den Nemesis Ach hier sieht man ja männlich und weiblich Und sowas Achso So läuft das Ja mach deine versteckten Geschichten da Zeig sie mir Ähm Gut Ach So Jetzt schlägt man den Erstmal richtig ab Ach Alles klar Abschabber Und schön Abgeschlabbert Ja Komm schon Also jetzt wird hier erstmal EBN aufsteigen Äh Nemesis Äh Nemesis wird aufsteigen Und aber auch Aber auch EBN Meines Wissens Äh Killer meine ich Killer Ha Ja Killer Du bist so gut Killer And Quick Attack Oh yeah Come back Jetzt schauen wir mal da hinten rein Ja Ist hier auch ein Ömchen versteckt Ömchen Ein fetter Mann Wir müssen ihn Anschubsen Okay Das sieht etwas merkwürdig aus Das Wasser unten runter baumelt Das sieht leicht merkwürdig aus Äh Ja aber ich hände jetzt nicht weg Ähm Ne Ich hände jetzt nicht weg Doch ich bin weg Äh 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 Ey Jetzt hat er mich mit seiner unterhängenden Hoden Ins Gesicht geschlagen Switch So Egal Dem werden Dem werden Seine Roten Schläge noch vergehen Denn jetzt kommt hier erstmal Von den Nemesis Schön den Schlag Unrum Schlecken wir den nämlich mal schön ab Und dann Fällt er um Na 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 Ah Es ist super effektiv Ich kann nicht glauben wie effektiv es ist von einem fucking Pokémon Okay Los nochmal abschlägen Komm schon Schlecken Schlecken Schlecken